Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Heute mit einem sehr interessanten Thema und zwar geht es um die einfach schlechte Unterbezahlung der UFC an ihre Kämpfer. Denn, ja, Jon Jones und Jorge Masvidal haben sich sehr, sehr viel dazu geäußert und ich möchte dieses Thema einfach mal genau unter die Lupe nehmen und euch nochmal, ja, berichten, was Jon Jones und Masvidal jetzt kürzlich nochmal wieder zu diesem Thema gesagt haben. Denn Jon Jones hat erstmal veröffentlicht, was er darüber denkt, wie ihn die UFC die letzten Jahre einfach bezahlt hat. Und ja, Jon Jones gilt als bester MMA-Kämpfer aller Zeiten, aber er hat einfach nicht das Gefühl, in den letzten Jahren dementsprechend bezahlt worden zu sein. Bones äußerte den Wunsch, in die Schwergewichtsklasse aufzusteigen, solange er eine Gehaltserhöhung erhält. Die Verhandlungen scheiterten schnell und Jones schlug vor, das Gold im Halbschwergewicht zu räumen, bis er ein zufriedenstellendes Angebot erhalten hat. Und ja, er packte wieder auf Twitter ordentlich was aus zu dem Thema und sagte, als ich in meinen besten Jahren war, war die Art der UFC, mich nicht zu bezahlen, ein Zeichen dafür, dass ich kein Star war. Ich bin dankbar gewesen für ein neues Auto, ohne zu wissen, dass diese Leute Millionen hinter den Kulissen mit mir gemacht haben. Die beeindruckten ein junges Kind mit einem Bentley, um gegen Leoto Machida zu kämpfen, während sie selber Millionen einsammelten. Und ja, UFC-Präsident Dana White hat gesagt, dass man als, ja, Pound-for-Pound-King nicht wie ein Superstar bezahlt wird. White sagte, dass es auf die Fähigkeit zum Zeichen ankommen muss, also wie entertaint ein Fighter ist. Er behauptete auch, Jon Jones habe Geldsummen in Höhe von Deontay Wilder verlangt, also ungefähr 30 Millionen Dollar. Und Jones hat diese Behauptung bestritten und sagte, die UFC habe ihm nie auch nur annähernd so viel Geld gezahlt. Ja, darüber hinaus enthüllte Masvidal, dass er mit der UFC nicht zufrieden sei, was die Verhandlung über den Kampf gegen UFC-Weltlagerwichtschampion Kamaru Usman anging. Gamebred behauptete, die Beförderung bietet ihm nur die Hälfte dessen, was er im Kampf gegen Nadias bei der UFC 244 im November verdient hat. Also das sind dann ungefähr 500.000 Dollar Gage gewesen, jetzt wären es dann nur für den Titelkampf 250.000. Masvidal stellte auch die Einnahmeaufteilung für die Kämpfer im Vergleich zu anderen Sportorganisationen in Frage. Darüber hinaus hüpfte er auf seinen Twitter-Account, um sich weiter über die UFC-Verträge und deren negativen Auswirkungen zu äußern. Ich stehe in einem Vertrag, den ich annehmen musste, um bezahlt zu werden. Auf die gleiche Weise bekam ich einen neuen Vertrag, bis zu dem ich kämpfen musste. Dann einen neuen Vertrag, um gegen Nate zu kämpfen. Ja, und sie dehnen die Anzahl der Kämpfe immer wieder auf meinen Vertrag aus, damit ich eingesperrt bleibe. Und wenn ich sage, dass ich nur einen Vierkampfvertrag haben möchte, heißt es, take it or leave it. Die Verhandlung ist take it or leave it. Wenn ich verliere, können sie mich entlassen und den Rest des Vertrages nicht auszahlen. Wenn ich gewinne, bin ich nicht in der Lage, den Vertrag neu zu verhandeln? Mein Vater verließ ein kommunistisches Regime und hat mich mein ganzes Leben lang auf solche Momente vorbereitet. Womit er wahrscheinlich die kubanischen Wurzeln seines Vaters meint, der wohl nach Amerika geflohen ist, um ein besseres Leben aufzubauen. Ja, und ich finde gut, dass die großen Namen sich nun mal auflehnen und wirklich zeigen, was Sache ist. Auch wenn Masvidal kein Champion ist oder war, sein Name ist riesig und viele wollen ihn einfach kämpfen sehen. Masvidal sprach halt ebenfalls darüber, dass die UFC-Fighter ungefähr nur 18% an Kampfgage für einen Kampf von den Einnahmen kriegen. Während Footballer und Basketballer rund 50% kriegen. Und er kann einfach nicht verstehen, wieso das so ist, weil MMA viel härter und gefährlicher ist. Darüber hinaus sehen die Kämpfer nicht einen Cent von den Ticketverkäufen oder dem Merchandise oder sonst irgendwas. Conor McGregor verlor ebenfalls seinen Reiz durch die UFC, durch das Hin und Her im Leichtgewicht. Und ja, somit ist er nun unzufrieden geworden und hört wohl fürs Erste auf. Für mich ist es ein Riesenproblem und ich finde es gut, dass es angesprochen wird. Aber vielleicht kann sich ja in Zukunft darauf was ändern. Natürlich ist die UFC gerade in einer heiklen Situation, ja mit der ganzen Corona-Situation. Aber Leute, es ist wirklich die einzige Promotion oder Sportveranstaltung, die wirklich dafür sorgt, dass wir ja aktive Sportveranstaltungen sehen. Insofern profitiert vielleicht Dana White auch gerade nicht so krass davon. Insofern Gehaltserhöhungen, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das gerade so legitim ist. Aber im Großen und Ganzen, natürlich diese 18% an Kampfgage ist einfach nur echt billig und eine widerlich schlechte Bezahlung für das, was im Octagon geleistet wird und das, was aufs Spiel gesetzt wird. Insofern Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr über die ganze Situation denkt. Und lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich bin raus, euer NoTimeMA. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.